Also das Porzellan, das haben sie gewissermaßen quasi, ja, ja, das haben sie gemacht, ne? Braucht ihr gar nicht so blöd, die zu feixen, ihr wisst ja auch nicht. Das wird so gewesen, dass, 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 ähm, das war ein Bäcker. Ein Bäcker? Ein Bäcker war's. Ein Bäcker. Hat einer D gemacht, der ist harte geworden, hängt dran am Ende.